Guter Pass. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Und jetzt ist der Ball gleich wieder weg. Lewandowski. Javi Martinez jetzt. Thiago, schöner Pass. Komma. Und jetzt die Chance. Gute Aktion. Und jetzt wieder die Bayern. Solisto. Thiago. David Alaba. Thiago, der passt. Jetzt Lewandowski. Da packt er den Trick aus, klasse. Lewandowski, den muss er machen. Tolisso. Komm an. Schönes Zuspiel. Gut in den Lauf gespielt. Robert Lewandowski. Reinigt von Kimmich. Der Blick auf Thiago. Schöner Pass. Pass kommt zu Lewandowski. Lewandowski. Ribery. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Das könnte der Gelegenheit werden. Das Zuspiel kommt jetzt hier für Lewandowski. Lewandowski. Super Pass. Da kommt der Steilpass. Und er schiebt. Komm an. Und jetzt Lewandowski. Lewandowski. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Und jetzt Lewandowski. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Und jetzt Lewandowski. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Und jetzt Lewandowski. Ribery. Nun Fabio Martinez. Komm an. Gute Flanke. Ein unfassbarer Pass kommt zu Lewandowski. Thiago. Da müssen sie auch passen. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Lewandowski. Guter Pass. Er spielt den Steilpass. Ball kommt leid. Also das, wo er so sicher liegt. Er trifft ins eigene Tor. Unglückliche Aktion. Der Ball geht ins eigene Netz. Und Lewandowski. Klartekto. Lewandowski. Gute Idee dieser Ball. Kings. Das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Komm an. Robert Lewandowski. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Das ist jetzt seine Chance. Da ist die Hereingabe. Alaba. Komm an. Schöner Pass. Ja, ganz klar. Nach vorne soll es gehen. Und zwar aus dem Mittelfeld. Ja, guter Pass. So gehen es die Bayern also heute an. Chance zu führen. Ja, das sah gefährlicher aus. Aber der Ball ist erst mal weg. Guter Pass jetzt. Serge Gnabry. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Wird das was? Hummels. Ich fürchte, dass mit dem... Schöne Aktion. Jamez. Schöner Pass Jamez. Alle Teams, die wir hier sehen. Also, auf das Spiel können wir uns mal richtig freuen. Serge Gnabry. Unglaublich. Länger Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Goretzka. Gutes Zuspieler, Lewandowski. Schoss erlebt auf. Dein. Ebenfalls ein 4-3-3. Und dann gucken wir mal, welche Mannschaft das heute... Könnte die Führung werden. Jetzt Matri. Der Pass von Matri. Cristiano Ronaldo. Die Baller. Muss es machen. Ein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Maczukic. Riesenchance. Der muss. Turin. Die Hecke jetzt von Pjanic. Cristiano Ronaldo. Ein unfassbares Tor. Macht er das stark? Bei dem Fallrückzieher hat alles gepasst. Und für solche Aktionen lieben wir den Fußball. Das war ein fantastisches Tor. Ein klasse Fallrück.